Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play The Crew, weiterhin natürlich mit Jan. So, was suche ich denn aus? Ich nehme mal Ausscheidungsrenten, PE. Ich nehme mal eine Lieblingsstrecke. Und dann möchte ich mal eine ganz andere. Die möchte ich mal fahren, in PE. Aber ich sag schon, dass ich hier Gelände halte. Ja, weil sie alle jetzt die Motorräder haben, ne? Mhm. Es geht ja nur darum. Siehst du, Gelände, Gelände. Ja, aber ja, nimm Krone. Für Krone finde ich es okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde auch Gelände nicht so schlimm. Ich glaube, man muss sich nur ein bisschen mehr mit den Motorrädern auseinandersetzen. Weißt du, tunen, wirklich kaufen im Laden, ne? Und die wirklich updaten, Jan. Weil die Leute gehen ja mega ab mit dem Gelände, Motorrädern. Hallo, Kevin. Hallo, Jan. Ja. Ja. Ah. Ja, was soll es sein? Auf einmal weg. Echt? Ja. Komisch. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 Alle decken wahrscheinlich. Guck mal, der nimmt dann Ferrari. Äh, äh. Ich fahre 450. Mäh, mäh. Was hat der denn für einen Spoiler hinten auf seinen Ferrari gemacht? Es ist der neue Supercarbon-Hübelding-Spoiler. Alter, geh dich schäben, Alter, du ekelhaft. Da ist der Carbon hier im Motorrad, Alter, i. Aber diese komischen Fellen drauf, i, der ist ja schon mal als ich. Ah, ja. Und du bist schon scheiße. Hm. Hier goldene Fellen, goldene Farbe hier. Bisschen auf, cash cash machen hier. Cash cash, ja. Buch ist Gold. Dazu sage ich jetzt nichts. Ne? Helikopter. Vögel, die hier vorne wieder zurückfliegen. Das hab ich nie. Ne? Nein. Nein. Und das soll nicht immer, aber... hast du gesehen wie ich gedriftet bin ja du musst mich ziehen ja du musst mich ziehen ich will zweiter werden ja da kommt ja ich bin dabei das feuer doch mal gar nicht über dem motorrad herumlettern umfall acht und scheiße die bremsen dann war es für mich dumm leid ich bin raus quatsch mit ultra tempo ja mit ultra tempo der seine bremspunkte nicht mehr kennen ja muss dann halt das spiel verlassen scheiße er hat uns erkannt ja wahrscheinlich hat er lotos was los mit dir gerade kommt nicht gut wir finden die meisten leute diesen komischen lotus gut ich finde den ganz okay aber nicht so du hast ihn schon auf 1299 ja ja keine ahnung jan was mich mal interessieren würde ob man vom motorrad schatten kriegt ja kriegt man wenn ich wäre es ja voll unfair doch kriegst du habe ich schon ausprobiert vorhin beim straßen glaube ich im pack warum wir noch das gute nitro als ob worden auf der letzten behältst du auch bis auf den ersten und zweiten platz also wenn die bremsen nicht so schlecht werden also wie der leck der blöd man ja er zieht aber gut deinen lotus müssen ja wohl erster und zweiter werden oder müssen die ehre der olafs verteidigen und nein dieser nippel ja das war dieser nippel wieder nippelwetter war das oh ja dem dinge ja ich hab ihn alle diese rotoren das leckt so rum ja erster kaum fick dich du scheiß lecktyp alter kauf dir ne vernünftige holzleitung wenn dann ich fliege alter ich fliege ok mann come on ja woher ein unfall gebaut ja ein gast komm komm ran komm ran komm ran pushen ja ein gast komm also es geht ja gar nichts hier wenn dann gewinnen die olafs nein 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 wer hat's gemacht du ich sage doch kauf Emotionen 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 geht wie Sanischnitte auf Dorte kein Schnellbein nein 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 ich fahr weiter wer meinen Zuschauern was bieten wie geil ich hier um die Kurven fahre leckere Donuts hier eigentlich kriegt er mal wieder ein paar Punkte ja ich hab gewonnen unsterblich bin ich unsterblich der Beste ja richtig high end boah mein Ferrari nicht ich oh ich krieg Reifen oh 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 mit was mit was mit was mit mit Bremsbonus mhhh dass man nicht sieht was vorher drin war finde ich scheiße äh ins Haku schicken weiß ich nicht weil wenn da Beschleunigungsbonus oder äh Tempobonus drauf ist will ich lieber das behalten Liga Punkte 6 plus so muss das und so komme ich nach vorne Ladies nächstes Jahr werdet ihr mich sehen wie ich Weltmeister bin äh äh Waldmeister meine ich so was nehmen wir als nächstes auf was hast du Bock mhm ich nehme mal ein Rennen hätte ich auch mal wieder Bock drauf was nimmst du für ein Rennen mhm die von letztes Mal okay ich nehme Berg rauf okay jo oder wer steht auf Platz 1 in der Tabelle hm Commander Junge Commander Globour wer soll Platz 2 mit genauso vielen Punkten ich ultra mhm 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 wer hat dir die bessere Rangpunkte von uns ich also bin ich Platz 1 hast du auch schon mehr Online Spiele gemacht wie ich ja schon klar hast du nein na klar dämmer daran weil ich viel mehr gewinne als du nja Das stimmt nicht. Das, das, nein, nein, da stimme ich nicht zu. Nein, 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 nein. Nimm schon wieder Rallye, Alter. Zwei Rennen, ein Rallye, Gelände, Gelände. Es wird Gelände rankommen, ich sag's dir. Ich sage, es wird Rallye rankommen. Ja, zum schlimmsten Fall wahrscheinlich. Ja, war klar, Rallye, Alter. Guck dir das an. Also, klar, ja. Gelände. Ja, KTM vor so wenig. Oh, Jan, wie eklig, Alter. Du wärst ein Auto aus, Mann. Das war aber echt schon eklig, Alter. Warum nimmst du nicht deine KTM? Du kommst so gut klar mit den Motorrädern. Ich verstehe dich nicht. Jetzt gerade nicht. Ich will ein bisschen auf mich. Ja, aber du kommst doch mega gut klar mit den Motorrädern. Deswegen verstehe ich das bei dir nicht. Auch im Gelände und Rallye. Du hast ja auch noch Geld. Vielleicht solltest du dir beide mal auf 1299 machen. Das sollte ich in der Tat mal machen, ja. Ja, könnte ich eigentlich auch mal machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, das machen wir nach diesem Video. Weil wir werden um diese Gelände und Rallye nicht mehr drumherum kommen. Ne. Das ist ein Skyline-Power. Allrad-Vorte-Win. Nein, Porsche. Klar, so ein schicker Porsche hier ans Gelände, Alter. Für die Typen, die das machen, sofort umfangen. Hoppa. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Yeha! Yeah! Er hat mal einen fetten Salto gemacht. Nein, nicht auf was Holz. Komm. Ja. Und Feuer. Jetzt kommt hier Skyline. Tag. Oben. Erster. Gewonnen. Tschüss. Du bist nur noch Zweiter. Juhu. Stank gemacht. Ja, nach dem Video werden wir auf jeden Fall erstmal die Karre frisieren gehen. Alter, ich kann nicht im Gelände jedes Mal hinter denen herfahren. Und das kann nicht viel kosten, Jan. Ja. Aber da verstehe ich mich ja auch nicht, dass der im Stream nur Skyline gefahren ist und sich dann wundert, wenn er hinterher fährt. Na. Er nimmt nur Skyline. Ja, aber so doll ist der ja auch nicht. In Straße, ja. Aber nicht auf 1000 PS mal hoch. Du könntest weg sein. Aber nicht im Gelände, Alter. Der weist, der gräbt sich ja ein. Ja, Gelände nicht. Aber generell. Finde ich ja so toll an Forza Horizon 2. Was? Dass man da irgendwie ein bisschen realistische Tuning-Möglichkeiten hat. Ja. Oder auch entweder halt wieder nicht. Ich meine, das ist doch ein Porsche 918 Spyder, etwa so auf 1400 PS, 1800 Hutmeter, ist doch ganz geil. Sehr realistisch. Ja. Mit so einem Porsche-Effekt, weiß ich nicht, mit so einem Karreira-Kriterium. Also, loskommen. Ja, es geht schon wieder los. Ja, dieser Kiesel-Möglichkeiten. Es geht schon wieder los. Alter, ihr habt so einen großen Vorsprung gegenüber von mir. Muss mindestens noch viel da werden, wenn mir keine Punkte auf den Zaun hat. Aber da wird nichts. Ja, aber du musst mal gucken, dass deine Karre auch nur 1024 Punkte hat. Ja. Ja, ich knall hier mit 776, das ist Standard, ne? 770 ist Standard, ja. Äh, 749, glaube ich. Ja. Also in dem Sinne Standard. Ja, ist ja nichts anders. Mir fehlt Leistung, mir fehlt Grip, alles. Ja, bitte schon, alles, ja. Deswegen gehen wir gleich nach dem Rennen hier aus der Lobby. Und dann tunen wir erstmal unsere Geländekarren. Und dann ziehen wir sie erstmal ab im Gelände. Schnauze voll hier. Echt? Komm. Ja. Ja, komm, zieh, Junge. Zieh. Ah, nein. Doch, du bist Vierter. Nee. Doch. Fünfster. Bei mir bist du Vierter geworden. In der Tabelle. Ah, scheiße, Alter. Ohoho. Ah, Leute, ich finde das Gelände einfach dämig. Bis jetzt noch. Machen wir ein bisschen Bernie. Bis jetzt noch. Ja, man weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich die Karre geschüttet habe. Wie es sich dann anfühlt. Na, fünf da, Mann. Echt? Ja. Verstehe ich nicht. Bei mir stand, dass du Vierter geworden bist. Linke Seite, ne? Hm. Siehst du einfach mal. Neuergerät, plus eins, Bronze, fickt dich, Alter. Plus vier. Was bringt es mir? Ah, ich bin wieder minus fünf. Bin ich wieder da gekommen, Alter. Wo wir angefangen sind. Ja, ich auch. Ja, wir sagen aber damit vielen Dank, Leute. Und wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal unsere Rallye und unsere Kostkarren, Geländekarren, werden wir jetzt erstmal tunen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann gucken wir auch nicht mehr hinterher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.